Seine Einheiten können trotzdem noch was machen. Das ist ein Helden. Das muss reichen. Äh, hallo? Okay, der kommt gar nicht mehr. Ist okay. Ja, bei ihm wäre er schon wieder dreimal da. Wieso hast du keine Rohstoffe oder was? Doch, aber was soll ich denn die ganze Zeit machen, wenn bei mir dauernd die Armee der Toten ist? Wo wären deine Einheiten hingekommen? Die wären genauso tot gewesen. Ich bin instant quasi am Herstellen. Ich warte schon seit Stunden wieder auf meinen Hexenkönig. Ich habe alle Fähigkeiten scheuen an. Natürlich, ich noch lang nicht. Aber ich kann ihn oben da mit dem Balrog wegmachen, wenn es da noch aufgedeckt ist, dann. Ich weiß nicht, wie es ausschaut, weil ich habe den da fast... Oh, Schlank. Er lebt immer noch. Mist, jetzt nicht mehr. Ist das dein Lafku? Was? Dein Lafku. Ja. Gott sei Dank. Der wird mir jetzt deutlich helfen, hier was zu reißen. Ja, ich kann ihn packen. Du hast mir was jetzt gemacht, hast du ein Scheißhorn. Ja, ich habe ihn gesagt, wenn seine Einheiten weg... Er hat den? Jo. Seine Festung. Scheiße, 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 scheiße. Vielleicht kann er reparieren. Können doch Menschen, oder? Einfallen, der so liegt. Einfallen ist schon mal weg. Sehr gut. Ey, auf einmal ist Ruhe bei mir. Jo. Wieso? Weiß ich nicht. Ah, weil der eine weggegangen. Oh, nice. Hat er repariert. Es sind weiter, ihr Feiglinge! Nein! Das mach ich nochmal. Schon wieder macht er den Scheiß. Das ist, glaube ich, jetzt von ihm. Nein, das ist nicht von ihm. Doch. Meine können sich berühren. So, er kann nicht gleich reparieren. Retten, retten, retten. Super, das ist super. Jetzt habe ich eine einigermaßen gute Urgruppen-Armee. Wenn nicht da oben durchkommen würde! Wie der mir alles gemacht hat, der Wichser. Oh, was macht er? Ah! Wer macht was? Nächstkönig. Der hackt ja hier alles kurz und klein. Oh, ich kann Ballrock. Warte, ich kann auch aufdecken. Sag mal, wo. Wo du aufdeckst. Tausend Burns. Nicht zurückfallen. Sie geißen einen Schmeldschuss hergehen. Noch mehr Urruks kommen aus den Gruben. Wen soll ich aufdecken? Er ist in der Mitte schon weg. Da. Warte, das habe ich gleich. Machst du das? Ja, das mache ich. Okay. Ich mache nämlich keine Baumeister mehr. Hihi. Ich hoffe, das reicht. Was hast du besprochen? Ich bin jetzt mal hier. Weißt du was? Bevor ich da jetzt umscheiß. Die Verschwendung ist mir jetzt so egal in dem Fall. Hauptsache, diese Wichse ist weg. Wir brauchen einen neuen Baumeister. Oh. Mann, mein Baumeister. Zieh dann zurück. Oh. Das Geile ist, man kann ja, ähm, kennst du von Sharko, oder? Dass der eine halt fressen kann, um sie zu heilen. Ja. Das Geiste ist, wenn du es gegen einen Lanzenträger machst. Das ist so eine Provokation. Ist noch einer weg? Nein, er hat mich weggemacht. Nein, ich habe ihn weggemacht. Nee. Oh nein, 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 oh nein. Das ist so ein Scherz. Der hat da eine Festung geholt. Also eine, eine Burg und hast du nicht gesehen. Ja, das gibt es manchmal. Das macht er nicht sehr oft. Geht's jetzt mal? Oh, mein Gehirn. Das macht aber richtig Spaß, die Mauren kaputt zu holen. Ja, das mach mal. Du musst aber, da, da, du musst bedenken, dass... Was muss ich bedenken? Dass die Mauren nicht festzielt sind. Ja, das ist klar. Das ist klar. Diese Scheißviecher. Man kann die Adler nicht mehr lähmen mit Lutz, das ist ja bescheuert. Das ist richtig. Günther. Auf geht's. Ich habe ihn fast. Ich habe gerade nichts. Das ist mir am Wurst. Ja, man. Er hat auch noch eine Bommodierung reingesetzt. Weißt du ja, diesen Gott hat die Fähigkeiten nicht. Ja, ich weiß. Sind die immer noch da? Das gibt es doch gar nicht. Mehr Bolzen! Schnell! Lass uns Bolzenhaaren! Wir haben die Adler. Die Adler sind echt böse. Äh! Was ist hier los? Wie läuft mich denn? Ah! Ah! Oh! 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 Das wird kosten Baumeister keine Bevölkerung. Hihi! Oh! 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 Weider wird mich verbergen. Weischen Menschenfleisch! Kars, wie der da ankommt... OH! KOMSichbarmuster, es gibt Arbeit! Oh! Nice. Wir haben viel zu tun! Ich weiß, ich weiß! Sehr gut, der Schutzweil wechselt. Nein, 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 nein. Jetzt reiß ich ihm auch den Arsch auf, jetzt geh ich wieder vor. Ihr macht, was ich sage! Ihr macht, was ich sage! Ähm... Ah, seien er mir der Toten. Schauen wir ihn an. So geil hier auf der Karte. Seit Ewigkeiten schon unten links sind da so grün, obwohl da nix ist. Also, da! Komm schon, du Hunger, Jungs! Hm... Stimmt, bei mir auch. Ist das schon wieder die, oder? Ist das eine von uns? Ich glaube, das ist eine von denen gewesen. Okay, für's ab. So. Wir wären dann fertig. Kann ich da hinten endlich mal weiter aufbauen, hier. He he. Was ist in dem Gebäude? Hey! Vorwärtswag! Da sind sie! Ja! Oh, ja, ein... Ey, was ist das? Kann man den auch fällen mit der Verrüstung? Okay. Okay. Ha ha ha! Ha ha ha! Der Feuerzweig! Darum lass mich ja nicht ab, der ist fertig! Das stimmt. Jetzt kommt der Stasi mal wieder. Ich dachte, wir sind fertig! Ja, komm ran, komm! Komm! Jetzt würd ich's wissen. Voll in die Landszeigerei. Sehr gut. In der Tod! Ah, da kommt der da! Meine Worte sind nicht... ... seit unser... Noch ein Gebäude hat dich gewehrt! Mordor! Okay, also der... der hinterländige Angriff vom Schlangen zu mir bringt nichts. Der ist so richtig scheiße. Der ist auch scheiße. Das war so richtig. Geht da was? Mist, sind die genau reingelaufen! Ihr müsst mir vertrauen! Na komm! Jetzt geht's los, ja komm! Ich lass mal reingeln! Ach, das sind... Nein! Hä, ist der auch schon weg? Ja! Ah, da ist der links oben noch. Der fehlt noch. Meine Dunkelheit. Ich reingel den Feind, Mama. Schon wieder? Aber schon wieder? Das kann doch nicht sein. Ohne Witz ist es echt... ...nicht mehr feierlich. Trotzdem können meine Helden noch angreifen, glaube ich. Scheiße, gell. Was? Trotzdem können meine Helden noch angreifen. Scheiße, gell. Das hat es an einen Gegner gerichtet. 3are Geräte. , Mann, du darfst doch sicherlich wer da sein. Jetzt hab ich noch das. Ah, Mann, Mann, nein! Es ist doch sicherlich irgendwer. Oh, Schatzku zerlegt. Das weiß ich auch. Dieses Tor geht mir irgendwie. Bissi. Bissi. Machen wir anders. So, jetzt geht's aufs Ganze. Bissi. Bressch mal rein hier, komm. Juhu. Alter, seine Armee, der Toten. Bringt aber leider weg. Bringt auch nichts gegen Gebäude, aber... Ich weiß nicht, ob's seine ist. Es ist nicht seine. Mensch ist weg. Nein, ist er nicht. Achso. Ob der Flustwichter da was bringt? Auf jeden Fall, du darfst mit dem Nascult da nicht reinreiten, ja? Er reinfliegen. Der ist instant weg. Deshalb fliege ich drüber hinweg. Ja, da stehe ich drüber. Jo. Also. Das ist einer dieser geschwisteren Waren. Hallo. Hallo. Freunde. In der Sonne. Äh, wenn mir da ich die eh nicht angreifen kann. Super. Besten Dank dafür. Ha? Ach, egal. Jetzt sind wir ja alle. Flustwicht da, ey. 5000 Leben, oder? Schon einer, oder? Da geht's sehr schnell kaputt, irgendwie immer. Die haben wir jetzt weg. Oh shit. Was kann eigentlich die Festung von den... Was kann eigentlich die Festung von den... Was kann eigentlich die Festung von den Zwer... Äh, von den Elben? Weil die immer so Nebel hat hier. Das sind die getarnt, oder? Das sind die getarnt, ja. Richtig. Ey, da hat ein Sonnenverklopfen auf meine Dinger gemacht. Ist die scheiße die Fähigkeit. Ja, gegen Gebäude schon. Nehmt ihr Land. Und rennt ihre Dörren von nieder. Jetzt kommt die Zeit. Ja. Ja, jetzt können Schlangezüge hier die Festung kaputt machen. Äh, Lutz, oder doch nicht. Shit. Zurückzug. Mann. Oder auch nicht. Das ist einfach königlich gegen. So, Festung weg. Okay. So, ich glaube, ich mach jetzt mal seine Festung kaputt. Was sagst du dazu? Mit Elbentum, was, was, was? Seine Festung ist kaputt. Ja, ist das gut dazu. Ist doch gut. Du hast nur noch ne Schachtel. Zack. Ist kurz weg. Schützt meine Dinger. Ne, er schmarrn schützt den Zaun. Bing. Halt. Wobei es trifft mich, glaube ich, eh nicht. Oh, nice. Letztes Gebäude. Eine neue Macht erhebt sich. Der war ein, der gräuft da. So. Puff, oder? Immer noch nicht. Ah! Äh. Nein, 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 nein. So, Schlangezüge. Äh, Sauerbel ist tot. Flieg, Drache, flieg. Weg. Ich krieg ihn nicht zusammen. Oh, kommt schon. Komm, komm, komm. Nochmal. Ja! Mist, scheiße. Das ist eine Gebäude hier. So, das letzte, glaube ich. Ach, er fliegt. Flieg und sieg. Oh, ist gar nicht eingenommen. Cool. Ihr macht was ich. Dann mach ich das gleich. Dann kann ich mich auch dabei heilen. Die Fähigkeit find ich eh scheiße. So, letzte Aktion hier. Einfach mal raus. Mein ich. Einfach mal raus. So, ha, 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 haben wir mit dem Drachen kaputt gemacht. Hm. Und er fliegt wieder davon. Tschüss. Winke, winke. Nice. Und knapp vor allem mal. Mhm. Kurzzeitiger. Mit der Armee der Toten und dem ganzen Scheiß. 5000, 6300, umher nahm. War aber nicht wirklich gut gespielt. Fuuuuck. Die waren auch nicht gut. Äh, schlecht. Wieso? Die Brutalen haben... Hier. Das ist brutal. Ähm, das sind nämlich so... 3,8. 4,2. 4,7. 4,7 gegen 6,3. Oh, gut. Kann man mal lassen. Das war hier ab. Ja, ich hab sogar mit diesem gehört. Der höchste Verhältnis besiegt gegen gefallene Einheiten. Schauen wir an. Na gut, dann sehen wir uns im nächsten Podcast wieder. Wenn's wieder heißt. Als G��. Pi particularlyところ l Preferiert. Der War über nichts. Ich bin weiter Cost. ener Rob.